Jährlich vergibt das Sportmagazin Kicker die Torjägerkanone an den Spieler, der am Ende der Bundesliga-Saison die meisten Tore erzielt hat. Seit der Saison 2019-20 wird diese Auszeichnung nicht nur an Profis, sondern auch an die besten Torjäger und Torjägerinnen aus jeder deutschen Amateurspielklasse verliehen. Traditionell, wie in den letzten Jahren auch, möchte ich euch nun die Top-Torschützen aus allen deutschen Spielklassen vorstellen. Von der Bundesliga bis zur Kreisliga, von der 1. bis hin zur 11. Liga. Beginnen wir mit der höchsten deutschen Spielklasse der 1. Fußball-Bundesliga. Nach den Abgängen von Robert Lewandowski und Erling Haaland gab es keinen Spieler mehr in der Bundesliga, der eine große Anzahl an Toren garantieren konnte. Dies machte den Kampf um die Torjägerkanone umso spannender und enger. Am Ende der Saison 2022-2023 wurden Niklas Füllkrug von Werder Bremen und Christopher Nkunku von RB Leipzig mit einem Negativrekord von nur 16 erzielten Treffern die besten Torschützen der Bundesliga. Noch nie zuvor erzielte ein Torschützenkönig so wenige Tore wie diese beiden. Die Saison 2023-2024 sollte dies jedoch ändern. Der FC Bayern verpflichtete für 95 Millionen Euro den Engländer Harry Kane von den Tottenham Hotspur und er machte das, was man von ihm kennt. Keine Titel, aber dafür sehr sehr viele Tore. Bereits nach 11 Spieltagen hatte Harry Kane mehr Tore erzielt als der Torschützenkönig der vorherigen Saison. Es schien sogar kurzzeitig so, als könnte er Robert Lewandowskis Tore-Rekord von 40 brechen. Wo zwar nichts draus, aber am Ende erzielte Kane in 32 Spielen unglaubliche 36 Tore. Ebenfalls beeindruckend war es Hiro Girassi vom VfB Stuttgart, der in 28 Spielen 28 Tore erzielte und mit 14 Toren in den ersten 8 Spielen einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellte. Im europäischen Vergleich spielte er sogar in einer Liga mit Cristiano Ronaldo. Geben wir den Weg vom FC und begeben uns in die zweithöchste deutsche Spielklasse der zweiten Fußball-Bundesliga. Hier holten gleich drei Spieler die begehrte Trophäe. Der Bosnier Haris Tabakovic erzielte für die Hertha in 32 Liga-Partien 22 Zweitliga-Treffer und wäre bis zum 33. Spieltag alleiniger Torschützenkönig gewesen. Doch am letzten Spieltag erzielte Robert Glatzl vom Hamburger Sportverein gegen den 1. FC Nürnberg einen Dreierpack und zog mit Tabakovic gleich. Auch Christos Solis von Fortuna Düsseldorf machte am letzten Spieltag auf sich aufmerksam. Er erzielte beim 2 zu 3 Sieg gegen den 1. FC Magdeburg alle drei Tore und kletterte ebenfalls an die Spitze der Torschützenliste. Solis brauchte für seine 22 Tore nur 30 Spiele, während die anderen beiden ein paar Spiele mehr Zeit hatten. Jetzt geht es in die niedrigste deutsche Profiliga, die dritte Liga. In der dritten Liga wurde Yannick Mause vom FC Ingolstadt Torschützenkönig. Er erzielte in 33 Spielen lediglich 18 Tore. Eine vergleichsweise geringe Ausbeute, die in der Geschichte der dritten Liga nur von zwei anderen Torschützenkönigen unterboten wurde. Trotzdem war man von seinen Fähigkeiten so überzeugt, dass wir nächste Saison als 2. Bundesliga beim 1. FC Kaiserslautern sehen werden. Fun Fact. Auf der Torjägerliste der dritten Liga der Frauen ist die Schwester von Niklas Füllkrug, Annalena Füllkrug, auf Platz 3 mit 27 Treffern aus 21 Liga-Partien. Auf Platz 1 ist Sarah Abu-Zabbar mit unglaublich 42 Toren in 22 absolvierten Spielen für Union Berlin. Kommen wir jetzt langsam in den Amateurbereich. Beginnen mit der viertklassigen Regionalliga, die als die höchste deutsche Amateurspielklasse bekannt ist. Torschützenkönig der Regionalliga Ost und der Regionalliga Allgemein wurde der 24-jährige Elias Lörder, der für Kaiserslautern in 33 Spielen 25 Tore erzielte. In der Regionalliga West, die seit 2023 offiziell als Profiliga gilt, wurde Anton Heinz Torschützenkönig. Er erzielte 20 Tore für Alemannia Aachen. Jetzt geht es wirklich in den Amateurfußball, die 5. Liga, auch als Oberliga bekannt. Torschützenkönig wurde Mike Lukowicz, der in nur 30 Spielen unfassbare 50 Tore erzielte. Diese beeindruckende Anzahl erzielte er für die Reservemannschaft des SV Werder Bremen, die nach dem überraschenden Abstieg aus der Regionalliga in der Bremen Liga spielte. Werder Bremen 2 gewann jedes Spiel und kassierte dabei nur 17 Gegentore. Besonders stark war die Offensive, die in 30 Liga-Partien über 200 Tore erzielte. Das entspricht einem Schnitt von 6,67 Tore pro Spiel. So viele Tore, dass sein Stürmerkollege Joel Victor Imazuen mit 41 Treffen den zweiten Platz belegte. Ebenfalls unter den Top 3 ist ein alter Bekannter, der mit 37 Jahren weiterhin beim Tuss Dassendorf auf Torejagd geht. Steigen wir in die 6. Liga ab, die als Verbandsliga oder auch als Landesliga bekannt ist. Torschützenkönig wurde der 20-jährige Ole Bötscher vom TV Eichehorn, der durch seine 44 Tore in 30 gespielten Spielen zum Aufstieg in die 5-klassige Bremen Liga verholfen hat. Er selbst wird als der Kai Havertz der Landesliga bezeichnet. Die 7. Liga mehrheitlich auch als Bezirksliga bekannt. Torschützenkönig wurde Oliver Kovacic, der in der Hessenliga 58 Tore in 27 gespielten Spielen machte. Ablösefrei wurde er aus der Sportfreunde 04 in die Reserve der Offenbacher Kickers verpflichtet und zeigt direkt überragende Leistungen. Diese waren so gut, dass er später mit einem Spiel in der ersten Mannschaft gegen den VfL allen belohnt wurde, sowie einen Profi-Vertrag für die Regionalliga. Ein weiterer Bekannter verbirgt sich auf Platz 3, Aschraf Gara Ali, erzielte für den FC Kalbach insgesamt 52 Tore. Genauso wie Martin Harnik ist Gara Ali seit den letzten 3 Jahren immer mindestens in den Top 3 vertreten. 2022-23 wurde er mit 52 Toren Dritter und damals auch in der 8. Liga wurde er sogar mit 52 Toren Torschützenkönig der Spielklasse. Kommen wir langsam in den Kreisliga-Bereich der 8. Liga. Auf Platz 2 befindet sich Yassin Enaji von der Spielgemeinschaft Oberhöchstedt. Dieser erzielte in 28 Spielen 52 Tore. Nach seinem Wunsch, mal höher anzugreifen, wechselt er diesen Sommer zu Rot-Weiß Frankfurt in die 6. Liga. Zwar genauso viele Tore geschossen, dafür ein Spiel weniger benötigt, hat Jan Herford auf Platz 1, der bei Viktoria Bremen 05 in 27 Spielen 52 Tore erzielte. Kommen wir in die 9. Liga und jetzt werden die Zahlen immer absurder. Auf Platz 2 und 3 stehen Norman Schmidt und Admir Ramic vom SV Kirkel aus dem Saarland. Als Sturmduo erzielten sie unglaubliche 137 Tore und trugen maßgeblich zum Aufstieg des Vereins in die Landesliga bei. Der beste Torschütze der Spielklasse ist jedoch der 29-jährige Deutsch-Türke Emre Kilić. Dieser wechselte vom SV Renania-Botrup zur zweiten Mannschaft von Rot-Weiß-Essen. In 27 Spielen für die Rot-Weißen erzielt er unfassbare 82 Tore. Im Schnitt macht er in jedem Spiel mindestens einen Headtrick. Obwohl Kilić es scheinbar mühelos schaffte, verlässt er nach einer Saison Essen und wechselt ablösefrei zum SV Blau-Weiß-Fuhlenbrock in die Kreisliga B. Mal schauen, ob er nächstes Jahr wieder auf dieser Liste vertreten ist. Draußen regnet es sich, auf ihr hört das nicht. Langsam kommen wir zum Ende. Die 10. Liga, die zweitiefste im deutschen Fußball und demnach fallen dort viele Tore. Dort erzählte Felix Schulz in der Reserve des TSV-Rotation Dresden in nur 24 Liga-Partien beeindruckende 102 Treffer. Im Schnitt sind das 4 Tore pro Spiel. Der ist gewittert auch noch. Dies ist wirklich eine respektable Anzahl an Toren und lässt einen fragen, welches Potenzial Schulz hätte haben könne. Der heute 27-jährige Felix Schulz spielte tatsächlich mal höher, nämlich 2017 beim FC Oberlausitz in der Regionalliga. Er hatte sogar einen Marktwert von 75.000 Euro. In der Jugend von Dynamo Dresden spielte er sogar mit Nationalspieler Julian Brandt zusammen. Leider erlitt er bei Oberlausitz einen Bandscheibenriss und bei einer ärztlichen Untersuchung wurde ein angeborener Schiefstand der Wirbelsäule festgestellt. Dies hatte zur Folge, dass Felix Schulz nicht mehr auf dem höchsten fußballerischen Niveau performen kann, wenn er nicht irgendwann im Rollstuhl landen will. Er wechselte zum SV-Aufbau Großkmälen in die Kreisliga. Im Sommer 2023 ging er dann zur Rotation, wo er in 24 gespielten Spielen über 100 Tore erzielen konnte. Kommen wir zur letzten und niedrigsten deutschen Spielklasse, die 11. Liga, die auch als Kreisklasse oder Kreisliga C bezeichnet wird. Wenn ihr glaubt, dass Felix Schulz mit seinen 102 Treffern der beste Torjäger Deutschland ist, dann habt ihr falsch gedacht. Unglaubliche und undenkbare 119 Tore erzielte der 31-jährige Yannick Brosch für den 2023 gegründeten Eintracht Lemko und das in nur 15 absolvierten Spielen. Im Schnitt schoss er in jedem Spiel mehr als 7 Tore. Der 1,93 große Mittelstürmer spielte zuvor in der Reserve von Arminia Bielefeld sowie beim SV Rödinghausen und SV Lippstadt 08 in der Regionalliga West. Während der Corona-Pandemie erhielt er ein Angebot vom FC Augsburg, als Scout zu arbeiten. Brosch pausierte seine Karriere bereits mit Ende 20, um im professionellen Fußball Fuß zu fassen. Später wurde er auch Scout vom SV Sandhausen sowie später beim SC Paderborn. 2023 kam er mit Jugendfreunden auf die Idee, einen eigenen Verein in Lemko zu gründen. Dort fing er wieder an, Fußball zu spielen und da er immer noch das Niveau eines Regionalligaspielers hat, zerschoss er mit seinen Kollegen die Liga. Die Männer sind wir durch, wie sieht es jedoch bei den Frauen aus? Die Spielerin mit den meisten Toren ist Dana Düderer aus der 7. Spielklasse. Für den Sportklub Glück auf Stärkrade erzielte die 24-Jährige in 27 gespielten Spielen 85 Treffer. Auf Platz 3 befindet sich sogar ihre Teamkollegin Jasmin Gülmitz mit 65 Toren. Zum Ende des Videos sagt man, was euer persönlicher Torrekord bei einer Saison war. Wurde ihr schon mal Torschützenkönig? Schreibt alle Details gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr die besten Torjäger Deutschlands aus den letzten Jahren verpasst habt, verlinke ich euch hier in der Endcard eine Playlist. Folgt mir auf Instagram und Twitter, werdet Kanalmitglied und abonniert meinen Kanal. Das war's ein Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.